Ich bin wieder hier. Ich war jetzt zwei Tage fort auf Fortbildung, Seminar in Mödling, Anti-Aggressions-Kurs, also Aggressionsbewältigung. Das braucht man auch, wenn man von Erich einen Adventskalender bekommt. Erich, was für ein Tag ist heute? Ich glaube der neunte. Bist du sicher? Nein, aber kannst du mal nachschauen. Okay, der achte. Ups.